Eine regelmaeige Zahnreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Mundhygiene und der vorsorgenden Zahnmedizin. Es ist ratsam, alle sechs Monate einen Termin beim Zahnarzt zu vereinbaren, um nicht nur Caries und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen, sondern auch um marktliche Probleme frau ein Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. In diesem Video werden wir besprechen, was Sie bei einer Routineuntersuchung erwarten kann und warum es so wichtig ist, regelmaeig zum Zahnarzt zu gehen. Zuna-CHST einmal beginnt eine Routineuntersuchung beim Zahnarzt normalerweise mit einer GA1-viertelendlichen Reinigung der Zahnarzt. Ihr Zahnarzt oder Dentalhygieniker wird Plack und Zahnstein von ihren Zahnarzt entfernen, um Zahnfleischerkrankungen und Caries vorzubeugen. Dieser Prozess wird in der Regel mit speziellen Geraten wie einem Ultraschallgeratet durchgefahren ein Viertel HRT, das die Ablagerungen sanft von den Zahnarzt. Anschließend werden Ihre Zahnarzt poliert, um Oberflaschenwerffarbungen zu entfernen und Ihre Zahnarzt wieder zum Strahlen zu bringen. Während der Reinigung wird Ihr Zahnarzt auch Ihre Zahnarzt GA1-viertelendlich untersuchen, um festzustellen, ob es irgendwelche Anzeichen von Zahnproblemen gibt. Dazu geharrt die AÜBAPRA1-viertelfung auf Caries, abgebrochene ZA-Näh, lose FA1-viertelungen oder Kronen sowie Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen wie Zahnfleischbloten oder ZahnfleischRA1-viertel-CKG. Wenn Ihr Zahnarzt warrend der Untersuchung Unregelmeierigkeiten feststellt, wird er maglicherweise zusätzliche diagnostische Tests durch VA1-viertelrennen, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Eine weitere wichtige Komponente einer Routineuntersuchung ist die AÜBAPRA1-viertelfung der Munderhalle auf Anzeichen von Mundkrebs. Ihr Zahnarzt wird Ihre Wangen, Zunge, Gaumen und den Halsbereich auf Wehrandierungen, Geschware1-viertelre oder Lasionen untersuchen, die auf Mundkrebs hinweisen kann einten. VRA1-viertel-Herkennung von Mundkrebs ist entscheidend FA1-viertel-R eine erfolgreiche Behandlung, daher ist es wichtig, dass Ihr Zahnarzt bei jeder Untersuchung eine GA1-viertelendliche Untersuchung durch VA1-viertel-HRT. Nach der Reinigung und Untersuchung wird Ihr Zahnarzt wahrscheinlich RA1-entgehen-Aufnahmen Ihrer ZA-Näh machen, um eine detailliertere Analyse des Zustands Ihrer ZA-Näh und Kieferknochen durch zu VA1-viertelrennen. RA1-entgehen-Aufnahmen kann Ihnen helfen, versteckte Karis, Zahnfehlstellungen oder andere Probleme zu identifizieren, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Basierend auf den Ergebnissen der RA1-entgehen-Aufnahmen kann Ihr Zahnarzt-Empfehlungen FA1-viertel-R weitere Behandlungen oder Eingriffe geben, die erforderlich sein kann einten, um Ihre Mundgesundheit zu verbessern. In einigen FA-Len kann Ihr Zahnarzt-Wahrend eine Routineuntersuchung auch eine Mundprophylaxe durch VA1-viertel-Rennen. Dies beinhaltet die Anwendung von Fluoridlack auf Ihre ZA-Näh, um sie vor Karis zu SA1-viertel 10, sowie die Anpassung von Fissurenversiegelungen, um die Oberflatschen Ihrer Bakenza-Näh zu SA1-viertel 10. Mundprophylaxe ist besonders wichtig FA1-viertel-Rennen, da sie dazu beitragen kann, das Karis-Risiko zu minimieren und die langfristige Gesundheit Ihrer ZA nie zu erhalten. Zusätzlich zu den oben genannten Leistungen kann Ihr Zahnarzt Ihnen wahrend eine Routineuntersuchung auch Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Mundhygiene geben. Dies kann die Verwendung von speziellen Zahnbeeinviertler-Stan oder Zahnseide, die Anpassung Ihrer Ernährungsgewohnheiten oder die Beratung zur Vermeidung von schlechten Mundgewohnheiten wie Rauchen umfassen. Es ist wichtig, diese Empfehlungen zu befolgen, um Ihre Mundgesundheit zu erhalten und langfristige Probleme zu vermeiden. Insgesamt ist eine regelmaeige Zahnreinigung und Routineuntersuchung beim Zahnarzt entscheidend FA1-viertel-R die Aufrechterhaltung einer guten Mundgesundheit. Indem Sie alle sechs Monate einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren und sich einer GAA in viertländlichen Reinigung und Untersuchung unterziehen, kann Ihnen die Wahrscheinlichkeit von Zahnproblemen minimieren und sicherstellen, dass Ihre ZA nie gesund und stark bleiben. Vergessen Sie nicht, dass eine gute Mundhygiene auch zu einer besseren Gesamtfunktionalität und A-Stätik Ihrer ZA nie beitrage T.